Aufstieg links Du musst warten bis das leuchtet, vorher ging es sowieso nicht. Okay. 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 The drop of the beat Und dann hat er sich wechselt auch nicht. Und dort sagte er, meine Herren, gerichtet an die Politiker, die dort versammelt waren, die Wirtschaftsführer, sie sind jetzt alle der Kontrolle der internationalen Finanzkarte. Wow! Ich muss doch mal wieder hinziehen. Man sieht, es war damals wirklich die Überzeugung und die Aufmerksamkeit, die internationalen Finanzkarte, wie sie reden, das alles richtig. Sie werden schon die richtigen Bindungsprozesse in Gang setzen und die Politik hat nichts anderes zu tun, als diesen Bindungsprozessen Rechnung zu fragen und ihn zu folgen. Man wäre schaubig geworden, bis zu einem relativ glücklich in der Linke sein zu kommen, Politiker. Man möchte den Dr. Fischer diskutieren, der damals in der Auseinandersetzung diese Fragen gesagt hat. Ihr glaubt doch wohl nicht, wir können das Politik gegen die internationale Finanzkarte machen. Wenn Sie nur diese zwei Aussagen nehmen, dann stellen Sie fest, in welchem Ausmaß man sich damals gehört hat und wir sehen die Fehlorientierung der Politik durch die internationalen Finanzkarte erzwungen wird. Für uns war dies ein Prozess, den ich beschreiben möchte, das war eine Verabschiedung von der Demokratie und eine Verabschiedung vom Sozialstaat und die Folge tragen wir alle heute hier. oder andere, das war eine Verabschiedung von dem